Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GoldenEye Reloaded und ich spiele das ganze auf der Playstation 3 natürlich und jetzt bin ich im letzten Level von von Russland ja, da seht ihr es, in einem Schlachtfeld naja Mann, Mann, Mann Mann, Mann Mann, Mann Okay Ich hasse dieses Level das ist echt zum Kotzen also eigentlich muss ich jetzt gar nicht darauf aber das wird dann um einiges leichter wenn ich den Hubschrauber abschieße ja jetzt kann ich einigermaßen gemütlich die abschießen komm, 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 komm na komm schon, was für ein kleines Magazin hat denn das? okay okay einen nach dem anderen abschießen lautet es hier und hoffen, dass ich alle treffe natürlich nicht Granaten haben wir leider keine das stört nicht au ok ok einfach weiter laufen waaah wow 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 von hinten eine waaah waaah wow 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 gut cych sehr wäsen Okay, nehmen wir mal nochmal die P-99. Gut. So weit bin ich, äh, so weit so gut. Ui, ja, okay. Ja, also, wenn man diese Raketen sieht, diese hier, das sagt einem, ach, hier, ähm, nichts stirbt, sondern, dass hier irgendwo ein Hubschrauber ist. Und das ist echt doof. Okay, jetzt, natürlich kommt er, da oben. Ach, das ist nur einer. Äh, das ist immer noch einer. Das ist der gleiche, den ich schon mal abgeschossen hab. Nur, jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er hin. Und boom. Ja. Okay. Zehntausende von Gegnern umschwärmen mich gerade. Bin immer noch hier, du Vollpfosten. Aaaaaah. Einfach durchrennen und niedermetzeln, was geht. Okay. Komm, 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 komm. Kanzler Rau da unten Lippmann okay eine schöne Schottgang ja eine Gegner gibt es noch ja überfahren durch mal alle meine Waffen nachladen okay ich bin die ja okay jetzt muss ich eigentlich einfach nur durchraschen ja das wärs eigentlich fast mit diesem Level schon gleich schönes Motorrad so als will ich auch haben naja bei diesem Level bin ich eigentlich das erste Mal wirklich verdient gestorben weil ich nicht gesehen hab dass keiner ist jetzt kommt Superman ins Spiel und dann reinziehen wo eigentlich gar nicht glaub ich so schwer sein könnte ist weg mit dir so ganz schnell drücken damit ich so ein Röpfungsflugzeug raufzieht oh schön es 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 gut also das war es mit diesem Level diesmal kürzer beendet und bis ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein und bis zum nächsten mal bitte abonniert mich oder schreibt irgendwas in die kommentare wie es war was ich machen soll was für ein spiel ich spielen soll lauter sowas und ich hoffe ich krieg mehr als einen schlechten kommentar na gut und daumen hoch wenn es euch gefallen hat bis zum nächsten mal